Polens Vizepräsident und Verteidigungsminister Mariusz Baszczak begrüßt eine mögliche Stationierung deutscher Patriot-Flugabwehr-Raketensysteme in seinem Land. Dies gab der polnische Politiker auf Twitter bekannt. Weiter schreibt er, dass es heute zu einem Telefongespräch mit der deutschen Seite kommen werde, bei dem er vorschlagen wird, die Patriot-Systeme in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze zu stationieren. Hintergrund der möglichen Stationierung deutscher Patrioteinheiten in Polen ist der Einschlag einer Rakete auf polnischem Gebiet, bei dem zwei polnische Zivilisten starben. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Dienstag, den 15. November, im Dorf Przewodow nahe der ukrainischen Grenze. Bisher wird davon ausgegangen, dass es sich um eine verirrte ukrainische Bodenluftrakete handelte, die beim Versuch, einen russischen Lenkflugkörper abzufangen, vom Kurs abkam. Vor diesem Hintergrund hat Deutschland angeboten, Polen bei der Absicherung des Luftraums zu unterstützen. Hierzu wurde zum einen der Einsatz von Eurofiktern und zum anderen die Stationierung von Patriot-Flugabwehr-Raketensystemen vorgeschlagen. Dies sagte Verteidigungsministerin Lamprecht in einem Gespräch mit der Rheinischen Post und dem Bonner Generalanzeiger. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine hatte Deutschland bereits im März Patriot-Systeme im Rahmen der von der NATO aufgestellten Enhanced Vigilanze Activity BATTLEGAUP Anführungszeichen in der Slowakei stationiert. Beim Flugabwehr-Raketensystem Patriot-Faset-Aretracking-Radar-To-Intercept-On-Target handelt es sich um ein mobiles Abfang-Raketensystem, das von den US-Unternehmen Riteon und Lockheed Martin hergestellt wird. Es ist auf die Bekämpfung von bemannten und unbemannten Flugzeugen, taktischen balistischen Flugkörpern sowie Marschflugkörpern ausgerichtet. Patriot wird in der Regel zum Schutz von Punktzielen oder bestimmten Arealen eingesetzt. Die Systeme der Luftwaffe haben laut Angaben der Bundeswehr eine Reichweite von ca. 68 Kilometern. Eine Batterie besteht aus fünf Hauptkomponenten. Feuerleitfahrzeug, Überwachungs- und Feuerleitradar, Stromgeneratoren, Raketenlauncher und Abfangraketen. Abhängig von der Variante führt ein Fahrzeug mit Raketen statt Gerät der Bundeswehr vier oder acht Abfangraketen.